Hier ist mein sechsseitiges Printdokument. Um es im Web zu veröffentlichen, könnte ich ein neues Flash-Projekt erzeugen, indem ich auf Neu gehe und Interaktiv auswähle. Aber dann muss ich alles per Copy und Paste wieder einfügen. Das dauert mir zu lang. Ich möchte das existierende Layout nehmen und es duplizieren. Ich nenne es Flash und anstatt Print wähle ich Interaktiv. Das ist jetzt ein interaktives Dokument. Um eine Voransicht zu sehen, können wir über den rechten Mausklick auf die Montagefläche gehen und die Seite oder das ganze Layout anzeigen lassen. Schneller geht die Anzeige der Flash-Voransicht mit der Schaltfläche hier unten. Der Flash-Player hat sich geöffnet und ich kann mir mit den Pfeiltasten die Seiten des Dokuments ansehen. Das Schöne an Flash ist, dass es, außer bei Bildern, vektorbasiert ist und daher gut skaliert wird. Wenn ich also fertig bin und es mir gefällt, kann ich zurück zu QuarkXPress gehen und es exportieren.